Fremde Sprachen, die sind wichtig, damit liegt man immer richtig. Auch der Showmaster braucht sie, heutzutage in Germany. Darum lerne ich unablässig, tausche Englisch gegen hessisch. Heute mit meinem Teacher hier, welcome dir Miss Irene Schier. Mr. Schenk, let's go, wir starten. Nun, ich kann es kaum erwarten. Doch zunächst ein kleiner Test, now I hope you'll do your best. Ich werd sie examinieren, Englisch-Hessisch hier verlieren. Stopp, heist, halt und go, heist, geh. Alright, Mr. Schenk, okay. Girl heißt Mädchen, Super heißt Süppchen, Sweet heißt Süß und Pot heißt Tippchen. Fock heißt Neppel, Glas heißt Glas, Nose heißt Kummer oder Nass. Boy? Nun, das heißt hessisch Biebchen. Room? Das ist bei unser Stübchen. I am sick, mir tut was weh. Alright, Mr. Schenk, okay. Glows? Das ist bei unser Blüschen. And a kiss. Kriegt man beim Schmüschen. Bier heißt Bier. And wine? Heißt Wein? Pig heißt. Wutzje oder Schwein? And a house? Das ist ein Häuschen. And a mouth? Das ist ein Mäuschen. Drunk heißt. Ich hab einen im Tee. Alright, Mr. Schenk, okay. Now a town? Das ist ein Städtchen. And a store? Das ist ein Lädtchen. Teenager? Sind junge Mies. I need money. Ich brauch Kies. Make a joke heist. Mache Späßchen. Dog heist. Hund, der muss aufs Gäßchen. Leg heist. Beinchen in die He. Alright, Mr. Schenk, okay. You are crazy heist. Ich spinne. And behind heist. Bei uns hinne. And potatoes. Was ist das? Grumbeer nennt mer hier sowas. Oder hochdeutsch die Kartoffeln. Block head. Sagt mer zu nem Stoffel. Turn heist. Ich kenn jetzt den Dreh. Alright, Mr. Schenk, okay. Cheese heist Käse. And hand heist. Händchen. Beides isst mer hier im Ländchen. Nur mit Music wie bekannt. Zwibbel, Onions auch genannt. Mommy heist. Mama oder Mutter. I go eat. Heißt, dass ich futter. Dung heist. Mist. Oh, I verstehe. Alright, Mr. Schenk, okay. Second hand. Da gibt's Klamotte, die zu schad sind zum Verschrotte. Young heist. Jung. And large heist. Heißt groß. I am fat. Mir platzt die Hose. Aber Bob. Des is'n Knolle. And a fool. Des is'n Dolle. Mal ganz nie. Ganz aus den Neen. Alright, Mr. Schenk, okay. Socks. Sind Socke. Schuhe. Sind Schuhe. Wie geht's heist? How do you do? Worauf du vom Hessen herst. Äubel, hau du doch zuerst. That's enough heist. Dir du's reiche. And I cry heist. Dass ich kreiche, wenn mir irgendwas tut weh. Alright, Mr. Schenk, okay. Now we finish. Wir beenden. Hoffentlich kann man verbinden. Was wir heute hier gebracht. I think es hat Spaß gemacht. So ganz lazy. Das heißt lässig. Tauschen wir hier Englisch-Essig. Senchio, Airi. Dankeschön. Alright, Heinz. Du bist okay. Okay. Du bist okay. Oh, Gott.